Es läuft. Hier kann man einen Helfen fahren. Was magst du? Wenn die Sascha noch drinnen sitzt. Hier habe ich leider auf die Jäcke. Jetzt dachte ich, das fühl doch gar im Geh. Psst. Sershi. Ind worker. Mohnen zurà. Und jetzt kannst du noch etwas schneller. čci. Das ist ein Überbau tipp. Das classique fokurb unattrahentifizkten. Schau mich an. Hier kann man das so rein drücken. Wenn du an der Muschel hiebst, kannst du ihn rausziehen. Dann ist es wieder locker. Und wenn du siehst vorne, dass ich diesen mache, dann kannst du auch zumachen. Das müssen wir ausprobieren. Weiter oben, weiter oben. So, jetzt rein drücken. Genau. Und an die Muschel ziehen. Prächtig, genau. Und hier hast du einen Hebel zum Lautstärke regulieren. Weiter unten. So, und jetzt will ich das hier, das Kabel, das will ich hier drunter haben, wenn du es jetzt so machst. Jetzt? Okay. Die Muschel ist nicht zufrieden. Ah, wichtig ist streng. Und dein Job ist hier einfach aufzupassen, dass sich das nicht in Gas verfängt. Ah, ja. Und das sollte nicht verscheiden. So, holst du? Okay. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Kannst du ihn ja auch noch ein wenig filmen? Ja, ja. Okay, alles klar. Ja, viel Spaß. Ciao. Ciao. Ja. Okay, let's do. Okay, let's do. Okay, let's go. Ja, der hoch. 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 Ja. Ja, der hoch. Ja. Ja, der hoch. Ja, der hoch. Ja, der hoch. Ja. Ja, der hoch. Ja, der hoch. Ja. Ja. Ja, der hoch. Ja, der hoch. Ja, der hoch. Ja. Ja, der hoch. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wie war es? Ja, super.